Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge, was auch immer, Daniel hat irgendwas ausgewählt und wir spielen hier Counter-Strike Global Offensive, mal wieder am Samstag, sind wir heute glaube ich wieder um 15 Uhr, ja heute Freitag, ja aber die Folge kommt an einem Samstag mit großer Wahrscheinlichkeit um 15 Uhr. Wir haben heute einen Monat vorher, ziemlich genau, das war alle 80, nein Tim, komm 80, ich bin 80, ich bin 80, ich muss mir ganz kurz noch meinen Sound, nein Tim, komm ohne Scheiße 80, sind wir so voll, ja eben, auf geht's hier, Pussies, oh Gott, da fängt schon an mit diesem Scheiße, so, MP9 kannst du Tarsen geben, boah, das Spiel ist, MP9 kannst du Tarsen, boah, ey, was ist denn das hier für eine Scheiße, was spielen wir denn hier überhaupt, wer ist das, was ist das denn, Achso, dann sagt mir das doch einer, das sind ja alles hier so voll, ey, wer habt ihr das Spielgesuch, boah, verlebt, will sich halt verarschen, boah, leck mich doch fett am Arsch, Da kommt man doch, da kommt man doch nicht weiter, alter, das ist ja immer mega, ich bin selbst jetzt bei einer PP, boah, leck mich doch am Arsch, Verleck mich doch, da hinten, ich bin da gerade erst gespawnt, du Hure, ey, lass mal was gescheit, lass mal was gescheit spielen, ich kämpfe nicht, aber ich komme halt nicht voran, ey, wie soll man denn auch vorankommen hier, leck mich fett, Ich, ich spawne und bin tot, das ist das Scheißdreck, ich bin gerade voll hart am Kild abstrauben, Boah, ich baue eine höhere, ich baue eine höhere Maus-Sensibilität, Ich hab gehört, ich bin gerade mal bei M4, ich hab gehört, ich bin bei der Anfangswaffe, Boah, Boah, Wir können man nicht nur so viel Aim haben, ey, Hallo, Wie kannst du keins haben? Ganz einfach, indem man einfach keins hat, Boah, Das hat mir immer noch ein Kill gesteilt, ey, aber immerhin zwei Punkte, ey, Boah, 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 Leck mich doch am Arsch, Dieser Vicky da, Ja, Was soll ich denn machen, wenn ihr niemand, wenn ihr alle rumhauen, bis die Huren kommen, ey, Leck mich doch fett, Ja, Deine M4, Scheiß, P250, Oder was ist das? Boah, Daniel, lass mir mal ein Kill klauen, Du Hure! Ja, kommt doch von überall, ihr Huren, ey, meine Fresse! Toll, Alter! Ah, Weiter geht's! Der Floch hat mich bekommen, Oh, Oh, Das ist traurig, Tim, Das ist peinlich! Hallo, Tim, Dann gibts mir ein Handy! Oh, Mit dieser Scheiß, ey, Mit diesem Scheiß-MG! Ey, hier bist du echt nur am rumknallen, Alter! Natürlich, dieser Wettrüsten, Der Huren sind flotten, Ah, ich bin, äh, ich bin der Bester! Schön! Oh, Das ist gut! Sollen wir nicht ranken ins Spiel ein? So, erstmal danke fürs Zuschauen, ich wär auch willkommen hier bei Counter-Strike, wir machen einen Modus mit, ich mit der Konstantin in einem Team gegen Tim und Daniel, wir hören die zwei nicht, wir sind in einem anderen Channel. Jetzt kannst du reden! Konstantin? Ja? Ich bin fertig mit der Ansage! Ja? Okay! Was sind wir denn zuerst? Antiterror! Okay! Und bei mir ist grad ein Vogel vom Dach abgeschirrt, so sah das auf jeden Fall aus! Ähm, Okay, geht schon los! Hier, ich nehm mal Granaten mit! Mach das! Und, äh, Explosive! Mach das! Wo ist der Herrmann? Auch da ist der Herrmann! Ich bin nicht Double Dove, ich bin das in Double Dove! Ja, ich weiß, wir gehen mal B! Hm! Bitte oder ohne Schalldämpfer? Ich hab keinen Schalldämpfer drauf, ich hab mir jetzt ne Five-Seven geholt! Da brauch ich auch keinen Schalldämpfer! Aber wissen Sie, wo wir sind? Also hier ist niemand? Noch nicht! Sie sind wahrscheinlich A! Wollen wir hinten über die Base gehen oder hier unten lang? Ich würd sagen wir gehen hier unten lang, oder? Ja, ist klar! Oh, ich hab keinen Diffuse Kit, ne? Auch nicht! Ich geh mal hier über kurz! Hm! Oh, da wartet schon einer, da wartet schon einer! Der Andere ist da auch! Versucht ihn zu flashen! Ja! Hab ne Flash hintergebrochen, müssten geflasht sein! Leute, ich bin geflasht! Was?! Leuch! Ich hab's erwischt! Boah, der Zimmer hat's gemacht, du! Tut mir leid! Ah, schweiß Allah! Ja, irgendwie, keine Ahnung, ich hab auch verkauft! Ja! Amperon, was sagst du? Amperon, du hast ja! Ausrüstung, Käfer... Muss man gar nicht kaufen, okay! Ähm... Was nehm ich denn? Geht's schon los? Ja! Oh, okay! Gehen wir gleich'n Weg? Ja! Okay! Ich hab' immer ne Pin 90 gerollt! Ich hab' immer ne Flash dabei und ne, ähm... Explosive Granate! Ich hab' keine Granaten dabei! Okay, Asuka, sie kommt, sie kommt, sie kommt! Der hat aber eingesteckt, wird eingesteckt! Ja, ist schon tot! Was?! Boah, Daniel ist so scheiße! Weiß ich nicht! Also ich hab' auch viel... Da ist das offizielle Florian Herrmann, ey! Hahaha! Geht doch! Wie kann man im Alltag schreiben, auch so? Okay, auf geht's! Alter, sie beide geholt! Dieser Könner, alter! Er owned sie hart, man! Fuck! Ich hab's aber noch gesagt, sie kommen von links, ey! Kann! Ich rauche! Viel Spaß! Raus, bitte! Wir sind beim Aufnehmen! Danke! Das ist Alex, der hört uns nicht! Wohlt oder wie seid ihr uns nicht? Weiß ich nicht! Wir sind A, wir gehen überspawn! Jetzt aber schnell! Daniel, geh wieder raus! Wir sind am Aufnehmen! Alex! Ja, Alex! Wir sind am Aufnehmen! Will da rausgehen! Wir sind am Aufnehmen! Achso! Ja, ich wollt mich nur von euch verabschieden! Achso, du fährst jetzt nach Hamburg, ne? Ja, ich fahr... Ich fahr... Ich fahr... Ich fahr! Ich geh kurz! Achso! Dann viel Spaß! Ja, ich bin in Hamburg! Ja. Mach's gut. Ja. Mach's gut. Ja. Okay. Alles klar. Was? Nimm die unten auch auf. Mach's auch auf. Ja. Nimm auch auf. Super. Na da. LOL. Boah. Wo kam der denn her? Hab ich mich erschrocken. Oh. Kommt der auf einmal von da her gesprochen. Auf viel Spaß Alec. Ja und danke. Tschüss. Ja. Ich weiß. Ich nehm noch mal ne Farmas. Weil mit der bin ich gerade gut. So. Auf geht's. Bin gerade aber auch sehr schlecht irgendwie. Keine Ahnung. Normalerweise geh ich immer ab. Jetzt hab ich mir keine Rauchgranate geholt. Ich kann nicht rauchen. Kannst du rauchen? Ne. Ich hab auch keinen Gap mehr. Okay. Da ist einer. Schon wieder tot. Das gibt's doch nicht. Alter. Ich bin so schlecht. Ich bin echt leid. Hinter dir. Hinter dir. Mach's nicht. Mach's nicht. Mach's nicht. Fuck ey. Ich hatte keine Muni gleich mehr. Fuck ey. Fick doch die Bitch ab. Damit hab ich jetzt auch nicht gerechnet gehabt. Ich muss echt ein bisschen besser spielen. Stimmt mir grad. Ja. Ich muss auch besser spielen. So. Irgendwie läuft's aber bei mir gar nicht mehr. Also bin ich besser als Flo und Tim. Äh als Tim und Daniel. Ich rauche. Ich glaube hier ist hinter uns. Ja hinter uns. Oben rum. Oben rum. Die kommen oben lang. Okay. Da sind beide und der eine hat gezielt und die eine hat gezielt und die eine hat gezielt. Und die eine kommt unten lang. Los. Ah fuck ey. Krieg keinen getötet? Das gibt's nicht. Voll konzentrieren. Ich möchte ja nichts sagen. Ne aber. Ja ich krieg keinen umgebracht. Keine Ahnung was da los ist ey. So. Ja. Okay gut. Lass mal Internet abstehen. Ich werfe meine Ködergranate nach A. Okay. Ich wurde schon beschossen. Bisschen ab. Bisschen Mitte. Okay. Rauche. Hier ist niemand. Ne das ist ne Ködergranate. Fast schon. Ja ich weiß. Ja. Am snipen. Wir können nämlich von da weg holen. What the fuck. Wo war denn der? Ja. Ganz hinten bei. Ah. Das wundert mich wie der mich da täten konnte. Ich kann ja zuschauen. Alter. Oh mein Gott. Das ist das bisschen behindert dass man ihn zuschauen kann. Mit ner A war er halt einfach nichts gegen ne. Man ich muss ne Pistolenrunde machen alter. Dann soll ich dir eine werfen. Ne Waffe. Alter. Die snipen Double Dots. Ich hab nur noch 25 HP. Okay. Ich werfe wieder die Köder. Hallo. Ja. Ich habe einen Tim gesehen. Smoker. Deine ist ganz hinten bei denen am snipen. Ja. Einer kommt kurz. Doppel Dots. Da hast du da nicht durchgekommen von unserer Seite aus. Ja. Bomb has been planted. Ich glaube bei A. Bei B haben sie geblendet. Sein Ernst. Alter ich spiel grad so schlecht man. Das tut mir leid. Soll ich dir ne Waffe legen oder hast du Geld? Ich kenne mir auch mal ne Awe jetzt. Mach das. Let's go. Ich kann ja mal Double Door snipen. Mann. Wenn die das cool filmen kann ich das auch. Wohren Sonn. Alter. Ich will der ne von mir. Ich denke der kann deine Snipe-Könste zeigen. Hat doch falsch gedacht. Alter. Ich rauche. Ich habe hinten keinen gesehen. Ich auch nicht. Dann kommt der letzte wahrscheinlich über Mitte oder A. Und zu A habe ich die Decoy geworfen. das heißt der wird wahrscheinlich über Mitte kommen. Mitten bei Arthur hier auch keinen. Ich auch nicht. Ich krieg nochmal ganz kurz das Haus. Die Bombe liegt hinten bei denen am Spawn. Dann lass da campen oder? Ja wollte ich doch mal sagen. Ich camp direkt an der Bombe jetzt. Oh hinter mir. Kommt über A hinter mir. Ich camp ein bisschen weiter bei der Bombe. Mach ich. Der kommt über seine Base glaube ich um. Oder hinter dir. Ich bin mir nicht sicher. Hinter dir. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht verarschen. Boah. Lass mal Kabel zu downloaden. Danke. Da ist er. Tut mir leid. Sorry. Ja ne. Das war meine Schritt. Ja ich habe hart gesehen. Ich hatte. Ich hätte letzten Kill machen müssen. Weil der eigentlich. Das war eigentlich Safe Kill. Ich habe den nicht gemacht. Meine Schuld. Ganz alleine meine Schuld. Ja. Und die die. Zehn Runden davor. Ja gut. Darüber haben wir nicht geredet. Boah. Danke fürs Zuschauen Leute. Ja gut. Egal. Ja gut. Da sind wir nicht. Ja gut. da sind. Ja gut. Ganzin.